Die Tradition wird im Großalltal noch ganz groß geschrieben, auch eingehalten. Das ist von Leichnumsprozession, wo alle Vereine und viele, viele Leute aus dem Großalltal daran teilnehmen. Alle Kindervereine, Bauernschützmusikkapelle, Klöker, Herrreiter und so weiter gestalten dieses wunderbare Fest gemeinsam mit der Pfarre vom Großall. Ja, viele Feste werden im Großalltal gefeiert mit richtiger Tradition, auch an dem kirchlichen Feiertag, dem von Leichnumsfest kommen alle Leute in der Tracht und wo wir dann bei uns vor dem Hotel einen schönen Altar aufbauen, schön geschmückt mit den Blumen. Dafür zuständig war jahrzehntelang meine Mutter und jetzt eben macht das meine Frau. Und wir laden alle Gäste ein, gerne einmal an so einer Feierlichkeit, an so einem kirchlichen Fest daran teilzunehmen. Kapoläschen